Hallo und herzlich willkommen bei Naturinform. Heute möchte ich Ihnen eine ganz neue Terrassendiele vorstellen. Die Smarte, eine sogenannte Null-Grad-Diele, die völlig quagerecht eingebaut werden kann. Die leicht bombierte und wasserabweisende Oberfläche leidet das Wasser gezielt in die Fugen. Die Fläche trocknet somit maximal schnell ab. Einbausituationen wie zum Beispiel Verlegung parallel zum Haus, waagerechte Poolumrandungen oder große Flächen, die mit Gefälle nicht zu realisieren sind, können mit der Smarten absolut waagerecht verlegt werden. Im Gegensatz zu geriffelten oder ebenen Dielenvarianten, entwässert die Smarte ausschließlich über die Fuge. Das heißt, der Untergrund übernimmt somit die Wasserführung. Der Unterbau muss also Wasser aufnehmen, zum Beispiel eine Drainageschicht aus Schotter oder Wasser gezielt mit genügend Gefälle ableiten. Achten Sie hier, wie bei allen Dielen, auf eine ausreichende Hinterlüftung der Fläche. Die moderne und zurückhaltende Optik der Smarten bietet also neue Möglichkeiten der Terrassengestaltung. Die Smarte ist in braun, grauen Anthrazit in drei, vier, fünf und sechs Metern lieferbar. Wie alle unsere Terrassen dienen, können Sie die Smarte auch in Sonderlängen bis 13 Meter bestellen. Für die Montage der Smarten stehen uns die WBC-Basisprofile und das Alu-Systemprofil 22 x 40 Millimeter zur Verfügung. Die Befestigung erfolgt mit der Edelstahl-Montageklammer. Wenn Sie also eine moderne, pflegeleichte Terrasse für waagerechte Flächen suchen, ist die Smarte genau das Richtige für Sie. Untertitelung des ZDF für funk, 2017